Mr. Simpson, ich weiß zu schätzen, wie sehr Sie unsere großen blauen Hosen lieben, aber bedauerlicherweise machen wir sie nicht mehr. Der Absatz ging auf Null nach unserer unseligen Superbowl-Werbung. Große blaue Hosen, wenn es dir nicht mehr wichtig ist, auf Frauen attraktiv zu wirken. Mr. Stern, würden Sie diese herrlichen blauen Hosen wiederherstellen, wenn ich das öffentliche Interesse daran wieder ankurbele? Selbstverständlich, aber wie? Mit einer Anzeigenkampagne, die so frisch und aufregend ist, dass ich sie mir selbst noch nicht überlegt habe. Naja, was habe ich zu verlieren, außer der Fabrik, die sich seit Generationen in meiner Familie befindet. Wie lange ist dieser Werbefilm überhaupt? Keine Ahnung, ich habe ihn nie bis zum Schluss ausgehalten. Keine Ahnung, ich habe ihn nie bis zum Schluss.